Star Wars Andor Episode 7, 8 und 9. Ich habe es mir jetzt gerade angeschaut und ich denke wir machen jetzt eher so ein bisschen gelabert draus, als das wirklich ein Review zu nennen, weil ich kann mir nicht so richtig mit mir einigen, was ich davon halten soll. Auf der einen Seite würde ich sagen, schön. Auf der anderen Seite, Thema verfehlt. Und jetzt erkläre ich euch warum. Also jetzt erkläre ich euch warum. Ich habe die Folgen irgendwie genossen. Ich habe mich von 7 auf 8 gefreut. Das ist einfache Gefühle, aber man muss es ja irgendwie versuchen zu fassen, wieso, weshalb, warum. Von 8 auf 9, ich merke schon, dass ich mir gedacht habe, vielleicht kommt gerade was anderes, weil irgendwie, haben wir gedacht, naja, jetzt werden sie halt aus dem Knast ausbrechen. Achso, Spoiler, ich spoilere euch einiges, aber ich erzähle euch die Folgen diesmal nicht nach. 9 hat mich dann mehr fasziniert und dann wieder enttäuscht. Und jetzt kehren wir mal alles zusammen. Diese eine, ja, diese eine Handlungsstrang, wo Andor in diesem Gefängnis landet, da kriegt man schon Vibes von vielem, was man schon gesehen hat, aber Vibes eigentlich am Anfang in der guten Richtung. So, ganz alt, die Flucht aus Alcatraz und so weiter. Oder es gibt auch ein paar andere, ich glaube, boah, wie ist denn das? Also es gab so ein paar ähnlich auch futuristische Gefängnisszenarien. Und hier sind die fiese Fiesigkeiten, die Level der Fiesheiten sind natürlich anders gestaffelt, dass der Boden elektrisch geladen sein kann. Und nur die Wächter da, die mit kommen. Und ich rede mich jetzt gar nicht darüber auf, dass das jetzt elektrotechnischer Quatsch ist. Lass mal, passt schon, ist mir wurscht. Also wenn man an Antigravitation und Überlichtgeschwindigkeit in solchen Serien, wenn man das akzeptiert, dann kann man sich darüber nicht aufregen. Also stört mich nicht. Ich finde, diese perverse Cleanheit dieses Gefängnisses, das ist das, was so richtig fies aussieht. Das ist alles klinisch rein. Es ist klar, wann du rauskommst, da ist der Essen. Du kämpfst nicht um dein Essen, wie in diesem normalen Gefängnis. Gefängnis, Revolte, bla bla, ist alles ganz sauber. Das ist so fies, dass man sich denken könnte, das ist eigentlich ein normaler Arbeitsalltag. Mehr oder weniger. So, da ist der Counter bis zur Rente. Wo ist der Unterschied? Ja gut, da werden meistens weniger umgebracht, aber gut. Und dann in der zweiten Episode habe ich mir gedacht, wir haben eigentlich jetzt hier eine Serie. Ich nehme ja an, dass es in der Serie noch um was anderes gehen soll. Jetzt sollte der eigentlich mal ausbrechen. Also der Megaiver wäre schon dreimal draußen gewesen. Da ist jetzt ein Knackpunkt für mich. Von Episode 1 bis jetzt zu 9. Ja, da bewegt sich schon was in die Richtung. Und es ist auch irgendwie okay, dass die Story sich ein bisschen zerwuselt. Aber da kommen wir am Ende drauf. Reden wir noch mal ein bisschen über das Gefängnis. Man merkt dann später, wie es da weitergeht. Er bereitet die Flucht vor. Und auch da haben wir ähnliche Szenen wie in der Flucht aus Alcatraz, wo er dann auch gerade jetzt halt in der Zelle dann eine Wand weggemacht wird und er immer irgendwann um was rumfeilt. Manchmal könnte man sogar an der Graf von Monte Cristo denken. Aber das ist ein bisschen Leark weit hergeholt. Sie inszenieren das... Wie soll man das sagen? Es ist göttlich in Szene gesetzt. Wir haben ja auch ein paar andere Handlungsstränge. Wir haben diese Folter-Szene. Die ist auch schon wieder unheimlich gut. Weil man erwartet ja eigentlich, so in einem normalen Film, wer jetzt, kommen jetzt die üblichen Schlägereien oder Elektroschocks oder sonst was. Aber der Bösewicht dieser Szene, der hat ja die besten Bösewichte. Er ist nicht... Der sieht ganz normal aus. Bis er halt ja dann den Kopfhörer aufsetzt. Man sieht auch nichts. Und da ist natürlich die schauspielerische Leistung das Geniale, wie man in ihrem Gesicht und ihre verzerrten... Ich weiß, also ich möchte mal gern wissen, wie sie das vorbereitet haben. Wie man ihre Qualen sieht. Das ist unheimlich gut gemacht. Auch dieser perverse Dialog zwischen den beiden, zwischen ihrer Interviewerin, nennen wir es mal neutral so, und ihr und die Selbstgespräche. Auch wie der andere Kaspar, der dann mit seiner Mutter zusammen, immer mit seinem Job da kämpft. Und auch wie sie ihn da hinbringen. In diesen komplett Raum, wo alles gleich aussieht. Und so, wir brauchen hier jemand. Da ist ein Platz. Man merkt sich schon, das ist ein Bullshit-Job. Der will Verbrechen lösen, der Kerl. Und das versucht es auch immer wieder. Das ist ja so weit, dass er sich mit der einen, ich sag mal, geheimen Instanz, im Prinzip hat er sich in sie verliebt. Auf irgendeine Art und Weise. Und das wäre jetzt wirklich, obwohl ich weiß nicht, ist es Star Wars? Oder ist es wirklich Star Wars? Es geht auch weiter. Das Sounddesign und die Schnitte, das passt alles perfekt zusammen. Man merkt sogar, dass ähnliche Szenen, also Match-Cut, zusammengeschnitten sind. Das ist super gemacht. Licht ist super gesetzt. Das wirkt alles organisch echt in dieser Umgebung. Also ich beklage mich hier an keiner Stelle, dass man irgendwelche CGI-Spielchen, die natürlich logischerweise drin sein müssen, dass man das erkennt, ist alles... Ja, da gibt es überhaupt nichts zu motzen. Und jetzt gibt es ein paar Probleme. Und an denen hänge ich. Problem Nummer eins ist, es ist Star Wars. Nein, da ist nicht... Nein. Und jetzt kommt wieder, alte Männer, wir klagen gegen Veränderungen, weil das ist anders als vorher. Nein, das ist nicht das Problem. Ich hätte es ja mal gern anders. Ich hätte es auch gern anders als die alten Episoden, als die ersten, die rauskamen. Die sind putzig, die alten, aber das ist... Ja, heutzutage eher so... Schulterzucken. Würde heute wahrscheinlich kaum jemand interessieren, wenn die ins Kino so kämen. Auch wenn sie effektmäßig okay wären. Nee. Sondern dieses Star Wars-Erbe ist das Problem. Wir wissen, wo dieser ganze Handlungsstrang hin muss. Prequel. Das Übliche, diese Scheiße mit den Prequels. Weil wenn das jetzt für sich allein stehen würde, von mir aus auch nach allen anderen, weil, also sorry, die brauchen eigentlich gar keine Zuwürge. Ich meine, man könnte ja... Rebellionen kann man immer wieder von vorne anfangen. Ist doch wurscht, wie die einzelnen Parteien heißen. Weil mich würde nämlich interessieren, wie das alles weitergeht. Also so quasi Neverending Story, weil man gewöhnt sich an die Charaktere. Und man hat ja immer... Also jetzt widersprecht mir bitte. Ich habe da manchmal so die Illusion, wenn ich so Serien angucke und ich weiß noch gar nicht, wie viele Staffeln es gibt. Also so ging es mir früher. Heute bin ich da leider schon ein bisschen abgebrüht. Boah, das geht immer so weiter. Und ich kann den Zug gucken und da entwickelt sich was. Diese Welt wird immer größer. Nein, die Welt ist fertig. Das Ding, eine Gerade. Wir haben beide Punkte definiert. Wir können jetzt bloß noch ein bisschen abweichen davon, dass wir eben keine Gerade machen zwischen diesen beiden Punkten in diesem Raumzeitkontinuum. Und das ist echt schade. Mal davon abgesehen. Gut, es ist zu langatmig an ein paar Stellen. Diese ganze Gefängnisgeschichte bauen sie gut auf. Aber das meiste könnte man um die Hälfte kürzen und es würde weder inhaltlich noch dramatisch noch von der Zeichnung der Figuren was verloren gehen. Behaupte ich jetzt mal, weil man sieht schon sehr viel Gleiches ablaufen. Und ich finde es auch okay. Also das ist okay, dass sie sich am Ende Zeit lassen, wobei man schon als der alte Herr da anfängt, einmal zu zucken. Da wirst du schon, wie es weitergeht. Also, ja, es geht wahrscheinlich allen so, okay, das gibt jetzt ein Riesenproblem und irgendwie wird es vielleicht katalysieren, dass sie nachher ihren Ausbruch dann inszenieren. Das ist eigentlich auch ganz okay, jetzt angedeutet, wie das weitergeht. Aber ich ertappe mich dabei, dass ich mich irgendwie darauf freue, wie es weitergeht, aber dann schon auch wieder enttäuscht bin, weil ich weiß, es endet. Die sind von ihrer eigenen Storyline gefangen. Sie hätten, wenn sie unbedingt im Star Wars Universum bleiben wollen, und kann mir mal einer von euch sagen, was hier wirklich, also von denen, die jetzt sagen, das ist super Star Wars, was wirklich die Star Wars Elemente sind. Nehmen wir mal die Uniformen weg und die X-Wings und die TIE Fighter. What? Also, man hätte das doch genauso gut ans Ende setzen können. Open End. Und da wäre diese ganze Serie super aufgehoben gewesen, weil sie ja zum Glück diesen ganzen Quatsch aus den vorherigen Serien, Member Berries, nicht mehr macht. Wir müssen irgendwelche Figuren da reinkriegen, die wir früher schon hatten. Ja, da kommt mal einmal eine irgendeine Darth Vader oder eine Palpatine, eine Palpatine Anspielung. Ja Gott. Und das ist genau das Problem von dem ganzen Spaß. Anscheinend läuft es nicht ganz so gut, verstehe ich aber auch nicht, weil es ist ja schon ein Fest sowohl für die Ohren als auch für die Augen das ganze Ding. Das kann man schon genießen. Man kann auch achten ein bisschen darauf auf die ganze Schnitttechnik, wie die Figuren, wie die Dialoge aufgebaut sind, wie die Leute zueinander stehen und so weiter. Und achten mal ganz genau auf Soundeffekte. Und wann man sich in welchen Situationen auch ein bisschen unwohl fühlt, obwohl man es eigentlich gar nicht weiß, warum. Da ist sehr viel gemacht eben, das war in der Folge 8, da gibt es zum Beispiel einen Dialog, man versucht ja in einem Dialog, wenn Leute normalerweise so miteinander reden, man sieht sie aber nicht ganz, dass trotzdem der, der nach links guckt, zum Beispiel rechts im Bild ist und der, der nach rechts guckt, links. Wenn in Filmen diese verschoben sind, wenn die Leute jetzt hier im rechten Bild nach rechts gucken, dann fühlt sich das komisch an. Und damit arbeiten die. Jetzt ist es aber so, man muss aufpassen und ich habe jetzt keine Ahnung, ihr wisst ja, wenn ich Ahnung hätte, würde ich keine YouTube-Videos machen. Man muss halt aufpassen, dass das nicht zum Selbstzweck wird. Wird da eine Story mit transportiert oder hat er da, wer ist der Director of Photography, geht dem da einer ab? Das muss man manchmal tauschen, äh, unterscheiden. Hier finde ich Dienst dem Zweck, man hat schon einen sehr guten Eindruck, finde ich, von dieser Welt. Die Welt ist komplett kaputt. Ich finde auch, wenn man jetzt noch weiter geht, wenn man so guckt, wie die Amerikaner mit ihren, ja, wie die schauen, dass ihre Gefängnisse voll werden und so weiter, damit da auch billige Arbeitskräfte, könnten jetzt böse Stimmen sagen, billige Arbeitskräfte da sind, weil die billiger sind als Roboter. Where's the difference? Also, es ist irgendwie, hat's was, das Ganze und irgendwie kämpfe ich damit und was denkt ihr? Bin ich jetzt hier so komplett off? Von der publizierten Meinung bin ich sowieso off, aber von der Meinung von den Leuten darunter. Das ist über die Frage. Das ist auch immer so ein Problem bei den Serien, dass man die publizierte Meinung immer, dass viele auch die Meinung publizieren, ihre Meinung mit der öffentlichen Meinung unterbewusst doch fast gleichsetzen oder zumindest mit der Meinung ihrer Anhänger. Das ist ein bisschen schwierig. Deswegen sage ich ja immer, ich habe einen eher etwas kulturlosen Blick auf so Zeug. Ich will mich einfach nur gut unterhalten und es ist leider, vielleicht leider, könnt ihr ja sagen, ob leider oder gut, so, dass mich Effekte alleine nicht mehr unterhalten. Da muss schon sehr viel passieren. Ich glaube, da mache ich mal eine eigene Laberei dazu, weil sonst wird das jetzt nicht so lang. Und wir wollten ja kurz nur über Andor reden. Also, mal schauen, wie wir am Ende von der Season das Ganze zusammenkehren können. Würde ich mal sagen, machen wir vielleicht eine andere Laberei zwischendurch noch. Servus.